hallo und läuft es ja hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play resident evil 4 in der letzten folge haben wir mit dem ich nenne es mal prolog angefangen falls das ja ich glaube das war der prolog wir schauen mal wie wir uns jetzt hier im dorf so ach so ich werde ich werde darauf achten mich nicht zu muten und das alles hier möglichst korrekt zu machen dass ich so offen darüber gesprochen habe danke fürs zuhören ja klar ich finde es total wichtig über sowas auch offen zu sprechen egal über welche medizinischen bereiche wir sprechen wie funktioniert das jetzt im internet also ich glaube ich bin jetzt anschnur und wenn ich nachher auf den aus button drücke bin ich wieder nicht abschnur auf abstoch abschnur oder schreibt in die kommentare ein zombie emoji wenn ihr das hier lest ja für mich ist das mit auch jetzt wieder total aufregend die ganzen sachen so auf youtube hochzuladen und so jeder kommentar fühlt sich wie so wie was ganz besonderes an muss ich ganz ehrlich sagen also wenn ihr auch scheiße wenn ihr den angriff überleben okay ich glaube ich glaube das ist das was der marion es mir gesagt hatte als mehr gespräch vollkommen auf twitch vorbei hier gibt es jetzt nur hier gibt es jetzt nur gaming wobei auch gespräche wenn es sich hier ergibt oder den kennen wir doch ich soll ja nur überleben ich soll ja nur überleben sagte dem you also probieren wir das mal ich versuche nur also versuche ich mal zu überleben ich bin auch schon auf eine kuh hingewiesen worden wo ist denn hier eine kuh in einem stall kuh hier ist eine kuh hallo das ist das was oh did it happen ich weiß nicht did it happen nee it didn't happen ich dachte da soll was brennen wurde mir gesagt hier brennt nichts aua ich brenn hier gleich nur nein nicht 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 nein 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 lauf 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 was lb lb wo wo lb nein einfach abhauen einfach abhauen ahhh äh freikämpfen 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 ojojojojojojojoj jawoll oah nice ey oah lion ist echt cool der ist echt cool voll geil geiler track nee nicht anfassen no touch only look wenn sie nur kuscheln wollen würden dann wäre ich total bei ihnen aber so glaube ich eher nicht was ist das hier nee oh scheiße oh scheiße oh scheiße oh scheiße oh scheiße raus hier raus hier ich achso ich muss die anschießen ja okay äh ich glaube das nennt man eine handelsübliche Todesfalle ja ich muss ehrlich sagen dass wir zu Kiki das möchte ich nicht möchtest du nicht so penetriert werden sicher okay schade äh ich versuche gleich nochmal ein bisschen anders hier lang zu kommen wir wiederholen das hier nochmal ach du scheiße aber nochmal zur Frage Realismus stirbt man echt so schnell wenn man in Flammen steht weil der ist ja echt schnell das war es schon dieses Dorf wenn Twitter ein Ort wäre true true ähm jeder Weltstückchen von Leon nee 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 only look only look so dich nehmen wir mit so komm die können wir nochmal schnitzeln denn da oben dürfen wir aber nicht langweilen da kommt dann schon direkt der andere Typie das ist nicht so gut ja T hallo Boyd müde ich wollte dann schon sagen gute Nacht ich würde vermuten dass du sehr schnell das Bewusstsein fertigst ah mhm oh Miss Savage danke für 500 Bits dankeschön einfach als dankeschön du bittest hier so vielen von uns regelmäßig einen Safe Space mit viel Verständnis guter Laune und Empathie leider immer noch nicht selbstverständlich aber der Weg ist das hier ach Mensch für mich ist das selbstverständlich für mich ist das selbstverständlich ach Mann ach Mann ja bewusstlos wegen dem Rauch da kann es leider ausgenockt werden okay pssst nicht so laut Chicken nicht so laut ganz leise musst du sein bitte ganz leise oh schade okay ich brauche einen Schlüssel hier gibt es gab es in den anderen Resident Evil Teilen Dietrich das wäre ja sonst auch noch ganz cool hier ist sonst nichts so hier ist nichts hier ist nichts okay wobei doch das Ding kann ich ja kaputt machen stimmt ganz leise natürlich bei Jill Master of Unlocking echt jetzt ich meine ich habe ja auch keine Ahnung wie viele Resident Evil Teile habe ich gespielt nicht viele komm ich bin mal ich bin mal mutig und laufe hier einfach durch hallo hallo und mach mal das was ihr gerne wolltet bitteschön schreibt es auf die Rechnung oh die arme Kuh I'm sorry okay okay so ansonsten laufen laufen ah laufen lauf Bruder lauf mh Barbecue Leute no ist das jetzt medium rare hat nicht so lange gebrannt wahrscheinlich ja kann ich eigentlich irgendwo hier hochklettern wir machen es mal wie Loneuris einfach es war das panisch im im Kreisrennen und vielleicht noch den einen Typen triggern ne ich weiß jetzt nicht ob der muss wisst ihr das Aua hieb sein so hier war doch noch oh ich was ich kann deinen Namen gerade nicht auf die Schnelle lesen Rosti Rosti die alte Seemine Rosti die alte Seemine herzlichen Dank für dein Follow und willkommen zu Resident Evil 4 und viel Spaß mit den 5 Emotes die du als Dankeschön bekommst No Choke No Choke No Choke No Choke So ich muss mich noch daran erinnern was Trigger und was Button ist das wird mir irgendwann nochmal den Arsch retten oh ich bin der hat mich zu hart gechokt das war nicht gut nein No Choke No 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 Ja nice Bruder Sehr geil Ah Okay So Also Panisch im Kreis rennen Oh Tschüss du bist die Anzahl von Gegnern Ja dann warte ich lieber ihr wisst ja wie gut ich im Kämpfen bin Na Ah No Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Und dann geht's auch vorbei Was wenn man die Kirchenglocke anschießt Okay Wow Aua Lauf Leon Lauf Ah Ah Lauf Lauf Danke Lauf Ah Jesus Wo ist denn hier eine Verbiete eine Nein Man kann die Kirchenglocke anschießen Ich seh die gar nicht richtig Auf der anderen Seite ist der Track gerade so geil Lass Lass mal hier bleiben Also den haben die safe verbessert den Track Also ich kann mich nicht daran erinnern dass sie Ah Schon damals so was geiles Am laufen hatten Und wie lange dauert das dann hier Pi mal Daumen Ich meine der wird doch bestimmt wieder Ja wobei nein es ist Leon Er hat Ausdauer Hoffe ich Ja Die Q ist komplett weg Sie ist wohl zur Asche verbrannt Ne da ist kein Medium Rare mehr Das ist dann Weiß ich nicht Ist denn das denn Well Ne mehr als well done Too well done Ich kann da gar nicht die Kirchenglocke sehen Overdone Stimmt Sehr gut Overdone Ja Das frage ich mich gerade auch Weil Leon hat auch schon keinen Bock mehr Bereicht mal langsam No touch Weg Da Sorry Bro die müssen zum Gottesdienst Leo übersetzt mal Ah die Glocke haben die gesagt Okay danke Und noch was Ich finde Leon sieht ein bisschen jünger aus Als vorher Allmächtig okay Also ihr fühlt euch so frei und Übersetzt wenn ihr hier Sachen hört die ihr versteht Aber wo keine Übersetzung im Bild ist Damit wir Okay das war der Prolog Oh jetzt ist es ganz dunkel Ostansässige Bootsbooshaftigkeit Ich liebe ja eure pragmatischen Übersetzungen Alter Liegt das einfach Nein Hat das jetzt zwei Stunden bis zu dieser Stelle gedauert? Ne ne halbe Stunde Wir haben vorher noch richtig viel geredet Wir haben hier vor knapp eine halbe Stunde gezockt Mehr nicht So dann werden wir jetzt erstmal ganz viele Sachen hier Erstmal alles durchsuchen und hoffen Dass wir hier Ganz viel Stuff finden Sag mal wenn ich hier genug Ei sammle Kann ich dann irgendwie Rührei machen? Und wenn ich noch eine Kuh finde Ne Bacon ist vom Schwein ne Das geht nicht Rührei und Bacon Schade Ja Erstmal Progress Ja Oh hier ist auch noch was Ich hab grad Petersen gelesen Perl Ne Peaceten Wirds glaube ich Wirds in Breakfast Ja Ich würde das voll cool finden Erstmal ein paar Snackies Rotes Kraut Das könnte ich wieder kombinieren mit Den hier Und was musste ich nochmal drücken? Automatisch sortieren Ach ist das herrlich 54L ganz hohen LOL Danke für die Scheuer für deinen Resub Und willkommen Zur Ortsansässigen Boshaftigkeit 4 Oder wie Loneris es noch schön sagte Hast du die Collectors Edition geholt? Äh Chronix Hat mir Die Ich glaub das ist nicht die Collectors Sondern die Deluxe Edition Also ohne Also halt mit extra Digital Content Mit Schale Für den Crunch Der ist ja glaube ich Gar nicht mal so ungesund Oder? Der ist bestimmt Voll Calcium haltig Der ist doch bestimmt nice Und hier kann ich Ne Da brauchen wir Ein Ashley Eine Avery Lavine Kann ich hier sonst noch anders hin? Mehr? Das ist doch machbar Hat er sich noch versteckt Vor der Kirche Der hatte keinen Bock Okay Hier haben wir noch was Sollen wir uns die weißen Hühner legen Oh mein Gott Eine Frage Ist die Farbe der Eier der Hühner Davon abhängig Welche Fell Äh Welche Fellfarbe sie haben Welche Federnfarbe sie haben Kann das sein Weil das vorhin war ein braunes Huhn Und es hat ein braunes Ei gelegt Could it be? Na fell Ja Mann Das andere Fell halt Ihr wisst was ich meine Oh nice Ich glaub nicht Okay An der Hautfarbe Ja okay gut Die sehen wir halt nicht Ah good to know Nein von den Ohrläppchen Dein fucking ernst? Vom Ohrläppchen? Wild Milka steht für Milch und Kakao Krass Das wusste ich auch nicht Interessant Danke für die Info Wieder was Oh Es hängt tatsächlich von der Ohrfarbe ab Nääääää I just ordered coffee and they send me an Exxon Oh my god This is a jackpot Today I ordered two coffees And I only got one Now I know where the second one Has gone Krass Wegen des Vom Ohrläppchen ist das abhängig Ich hab noch nie auf die I think I stole yours Yes you did You did Genetisch bedingt Dass man den einzelnen Rassen abhängig ist Krass Interessant Er wusste ich nicht Auch nochmal der Vorurteil Wenn wir hier direkt am Stream sind Wir lernen direkt on Stream richtig viel Boah mir wird grad wieder richtig schlecht Danke Escape Cake Ich trinke ein bisschen Tee No actually I A triple Latte I think I ordered a triple latte Two 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 of them Not an Americano But now I know how you drink your coffee Nee ich bin nicht krank Ich dachte nur ich könnte meine Medikamente absetzen Und da war ich zu voreilig Und hab jetzt heftige Nebenwirkungen Das ist das Ich dachte zuerst ich sei krank Aber Nee 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 I drink it with milk Nice Ach hier können wir noch hochklettern Hätte ich hier dann hochklettern können Oder Ich dachte offensichtlich die Farbe der Feder Nein die Ohren machen es Ja Ey Warum eigentlich Wieso kommt die Natur auf sowas Ah Ich hab jetzt ne Weile wach Ups Nee Void ich glaub ich mach das Ich mach's glaub ich lieber so wie Dr. Liu das erklärt hatte It's like 20% coffee and 70% milk That's fine Kunstvolle Halskette Nice Was schätze kombinieren Oh mein Gott Ich kann die kombinieren Digga was Ui Wie cool Das ist voll geil Ist gut nichts passiert Näh Ich hab ja so Kommt man von Menschen Schnetzeln Zu woran liegt Ja Ich find das ist wichtig Wir wollen doch stetig unseren Horizont erweitern Oder nicht Just saying no doctor And especially no Ja ja Aber dafür Wie lange bist du schon Krankenpfleger Und hast dementsprechende Erfahrung Und das klingt ja auch irgendwie Letzten Endes absolut logisch So und Ja Und ganz ehrlich Ich hab das Gefühl Dass tatsächlich ApothekerInnen Und KrankenpflegerInnen Äh Letzten Endes manchmal dann doch Ne bessere Erfahrung haben Was so Medikamente anbelangt Im Gegensatz Zu den Leuten mit Doktortitel Wow Ich dachte grad Mich hätte jemand gerickrolled Die Dose gerade Klang grad für mich Wie der Anfang von Never gonna give you up Oh mein Gott Wo ist die denn Da Weil ich die grad auch nicht gesehen hab Klang original Ja ne Oh mein Und das wäre jetzt immer Absolut anders wild gewesen Wenn der Mew Jetzt einfach hier mal Never gonna give you up In den Stream geschickt hätte Ja Meinen größten Respekt Ja 70 Euro Scam Ja gut Aber mit so nem Scam I would say Worth it Ja Da vielleicht müsste ich nochmal In der Apotheke nachfragen Ey Was mach ich jetzt mit den ganzen Eiern hier Ich kann die ausrüsten Und ich kann sie snacken Und können die irgendwie gravierenden Schaden machen Wenn ich die schon hier als Waffe habe Oder eher nicht so Also ich bin auch dankbar für jedes Leben Aber What the fuck Ja die wollen hinten den Endboss Aber nur wenn du Wenn du ihn an der richtigen Stelle triffst Diese Leute sind Junk Auf jeden Fall Auf jeden Fall Das wäre so lustig Also ich muss sagen Ich mag tatsächlich die Synchro echt gerne von Leon Aber wenn ihr gar nicht darauf klarkommt Dann wäre ich total fein Im nächsten Stream Ähm Die Stimme auf Englisch zu ändern So wie ihr euch am wohlsten fühlt Ich mag sie sehr gerne Ja ich auch Ich mag sie tatsächlich auch sehr gerne Leon klingt immer sexy Perfekt Kann ich hier durch War mir überrascht Das so Kannst du ruhig lassen Also hier ist dann die Hab gehört das goldene Ei sein Hab ich Es gibt ein goldenes Ei Krass Und das liegt dann Ne das ist das Ohr mit dem goldenen Ohrläppchen Äh wobei Ja doch komm Machen wir Wow Chill Bruder German Leon sounds sexy Oh 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 Which With which Synchro do you play it With English or Out Resident Herzlichen Dank Für deinen Follower Und viel Spaß mit den 5 Emotes Okay Ich höre Menschen Da ist ein Schwein Da haben wir ja unser Bacon Oder ist das ein Schaf Vielleicht kriegen wir doch noch Bacon und Eggs Ich glaube ich bin ein bisschen mehr für Stealth als für krasse Konfrontationen so kann ich auch schon mal für Metal Gear üben Aber ich weiß nicht Ich wusste bei Halo auch irgendwie Der Schwein getarnte Schaf Ich bin mir nicht sicher was das gerade war Vielleicht ist das ja beides Ne er ist ein Schwein Was ist er mit dir Was ist er Bibi Wow Chill Was ist er mit dem Schwein los Ah ja du hast recht Lone I learned English with music Yes same On top of that Yes One of my first albums was Avril Lavigne Let Go And I translated all songs of her into German So I learned lots Das macht Haja na gut Das bin ich nach einem Kilo Nach einem kleinen Was Nach einem kleinen Ein Kilo Nudelsalat Dann fällst du einfach um Das stelle ich mir irgendwie ungewollt sehr adorable vor Ich höre immer noch Menschen Kein Bock auf Menschen Warte Machen wir mal ganz sneaky Ganz langsam Nicht umdrehen Nicht umdrehen Du konzentrierst dich weiterhin Auf deine Arbeit Ja das machst du fein Das machst du fein Ach stimmt Ich habe kaum mehr Haltbarkeit mit meinem Messer Scheiße Kann ich denn jetzt eigentlich hier Warte mal Wie kann ich das denn Ich kann das nicht verbessern jetzt Was kann ich da Ich kann Munition herstellen Oh man Geht im Shop das reparieren Ach scheiße Dann halt nicht Bei Sakuren ist 30 Das kann passieren Ja ich hatte ja ursprünglich noch die Motivation Den Anspruch an mich Ey wir ballern dieses Spiel heute und morgen durch Das werden wir jetzt mal sein lassen Ich habe das Original Ich habe das Original Damals gespielt Ja wie lange willst du streamen Ja ursprünglich wollte ich sehr lange streamen heute Aber ich bin ganz ehrlich Ich glaube ich werde nach der Aufnahme hier Schluss machen Ja das ist meine Es hat keine Sinn Es hat sehr gut Es hat nicht Es hat nicht Es ist einfach Das ist ja War In Gottes Namen, kann nicht endlich jemand diese blauen Medaillons beseitigen, die diese Fanatiker überall aufhängen? Auftrag alle blauen... Man muss ja Leon genießen. Ja, du hast recht. Da kann ich drunter sneaken? Bin ich krass? Bin ich... Okay, ich kann sneaken. Das ist schon mal sehr gut. Dann kann ich hier... Muss ich die nicht abschießen? Das ist gelb? Gelbes Kraut. Komm, dann kannst du es entschärfen. Oder ich sneaker einfach. Vielleicht, wenn Gegner vorbeikommen. Dann ist es ja ganz nice, wenn die, ähm... Wenn die... Kann ich hier auch? Guck mal, hier könnte ich dreimal grün gerade machen. Ah, da... Ich hab da noch... Ach so, ich muss erst das eine machen. Damit ich dann das Dreiergrün machen kann. Okay. Das... Ja... Ne, weil wenn jetzt hier mal vielleicht ein Gegner hinterherkommt und da reinrennt, ist das doch vielleicht ganz gut. So, bitte jetzt nicht wieder durch die Decke krachen. Ganz vorsichtig. Ich bin extra erstmal gerade ganz vorsichtig, weil ich trau mich noch nicht so mit dem Schießen und allem. Ich bin extra erstmal gerade ganz vorsichtig, weil ich trau mich noch nicht so mit dem Schießen und allem. So, was du hörst? Well, all in all, I would say I listen to everything, kinda, but, um, my favorite... Well, no. In my, um, not youth. Is it youth? Well, yes. I think it's youth. Um, I listen to lots of metal music. Symphonic metal, gothic metal, death metal, black metal, etc. Um, the older I got, I got, uh, more into, um, industrial music. So, yeah, like, Nine Inch Nails is, like, really important to me. Um, just for example, but, um, yeah. Yeah, when I'm in the mood, I listen to lots of old pop and rock songs from the 90s and 2000s. Um, J-pop, J-rock, um, so, yeah, it's, it's really random, but I'm more into the melancholic stuff, I would say. Yeah. And, most of them are english speaking, I think. Oh. I like, uh, musicals, um, to those I listen in, 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 in German. For example, uh, film music. I really like film music. Ich glaube, ich laufe gerade im Kreis, ich glaube, wir können hier einfach runter oder einfach hier runter. Enka und der japanische Volksmusik. Ach, cool. Das klingt ja spannend. Sehr nice. Und Enka ist dann jetzt die Richtung oder ein Musiker, Musikerin. Oh, ne Weinkanne. Ey, voll geil, der Stuff hier. Kann ich hier... Was ist das denn hier? Ah, das kann sie, das kann man nur verkaufen. Ist, ist das Genre, okay. Wie Wein. Das ist sehr spannend. Cool. Oh. Kann ich mir auch vorstellen, dass das nochmal sehr anders ist als das Deutsche. Und vermutlich auch von den Themen her auch nochmal ganz anders. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. What the fuck is this shit? Boah, wer bist du? Wow. 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 Ich hab B gedrückt. Wer bist du? Oh, shit. Nachladen. Oh, weg. Warte mal. Oh. 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 Das ist Wahre. Ich drücke B. Ich drücke. Ich hab B gedrückt. Ich hab B gedrückt. Fuck. Oh. Oh. Das ist Vorrik. Oh mein Gott. Mit einem Bonkama. Yes. Lauf. Leon, lauf. Wow. Da ist ja noch eine hinter mir. Oh, da sind mehrere hinter mir. Shit. Kannst du bitte... Wow, du bist aber ganz schön langsam, Bruder. Aua. Erst mal ein paar Eiersnacken. I listened to the known singer and a bit of Hyperpop. Reiner, so... I don't know Reiner. And a bit of K-pop. Awesome. The more I get to know you, the more you are... The more I like you. To be honest. Ja, nice. Okay, so. Erst mal alles snacken. Ah, hier habe ich ein neues Messer. Ist das so gut wie das andere? Holzzahnrad? So, okay. Was habe ich jetzt hier an... Jetzt habe ich hier noch einen Rubin. Ach, guck mal, da kann ich den einen Edelstein... Oh, ist das schön. Mithi, danke für den Follow. Du kriegst ein Fimpy Maus geschenkt. Viel Spaß damit. Cool. Sehr nice. Ah, guck mal, hier ist noch die... Die sollen wir, glaube ich, zerstören. Da war einer genervt von... Kampf der Medaillons. Ja, apparently. Mein Auge juckt irgendwie ein bisschen. Oh, okay. Ist hier was für mich drin? Yes. Direkt mal nachladen. Ich hoffe, dass ich später mein Inventar vergrößern kann. Das würde mir, glaube ich, das Leben sehr erleichtern. Und ich sehne noch... Sehr schön. Ach, guck mal, jetzt sind wir hier. Das kann ich zuordnen. Alrighty then. Ich würde gern noch mal zurück, nachdem wir jetzt dieses große Kampfding irgendwie... Äh... Ich hätte gern noch mal wieder meinen Speicherpunkt... Nee, da ist noch... Moment. Ich nehme mich mit. Oder auch nicht. Nice. Ähm... Soll nicht bitte wieder einfach umfallen, Schweinchen? Wo kann... Das war hier, ne? Kennst du das Original? Ja, das Original habe ich damals gespielt, tatsächlich. Let's play it off YouTube. Genau. Traumfänger... Oh mein Gott, ja. Während du da fahrt, träumst du ganz am... Ja, ist so. Aber ich finde Traumfänger auch visuell einfach schön. Ich habe einen Traumfänger im Wohnzimmer hängen. Sophie, but she... Who is Sophie? I don't know her, to be honest. Oh, wir speichern. So, und damit würde ich sagen... Was hast du heute mit Let's Play Resident Evil 4? In der nächsten Folge werden wir uns dann mal weiter Richtung Mühle... Mühle... Naja, es war ja schon irgendwie... Aber uns hier mal weiter vorkämpfen und, ähm... Das Dörfchen weiter durchsuchen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.